Die Zeit für das Platan-Relikt in diesem Level beträgt 1 Minute 6 und 87, also relativ kurzes Level. Springen wir rein. Ja, das Level ist relativ leicht, nichts Besonderes. Schau einfach, dass du ständig am Laufen bist, also dass du dadurch irgendwie blockierst und die gelben Kisten einsammelst. Wenn du unserem Leitfaden gefolgt bist, dann denke ich mal, solltest du kein Problem haben, weil die schwersten Levels hast du sowieso schon geschafft. Also denke ich nicht, dass hier irgendwas krasses für dich dabei sein wird. Also wir gehen einfach zusammen mal durch, kommentiert das Ganze. Ja, ansonsten lade ich dich zu unserem nächsten Projekt ein, also Crash 2. Kommt jetzt in wenigen Tagen raus. Kommt drauf an, wann du das Video guckst, vielleicht ist es schon draußen. Danach kommt Crash 3 und 4, also das wird auf jeden Fall richtig geil. Ich kann dir sagen, Crash 2 ist noch schwerer. Und ja, würde mich freuen, wenn du dich auch mal traust. Also wenn du, gucken wir mal, ob du es dann durchziehst. Die Level sind noch mal heftiger. Ja, siehst du, nichts Besonderes. Hier ein bisschen zum Ausweichen. Ich persönlich finde das ziemlich cool, so, dass man am Ende noch mal so ein paar Levels hat zum Ausklinken. So ein bisschen so, wie soll ich sagen, es wäre so, man geht hoch, dann mittel, dann ganz schwer. Und dann zum Schluss noch mal ein paar leichte Levels, finde ich ziemlich cool. Ja, 1, 4 haben wir geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Bleib dran, arbeite an deiner Psyche. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017